Grüeis Migranten, willkommen zu der neuen Umstellung im Gemeinschaftszentrum in der Abo in Volkskriegsville. Aktuell steht unter dem Motto Vielfalt die Volkskriegsvieler Künstlerin Cornelia im Teil uns. Das Motto Vielfalt hat damit zu tun, dass sie sehr vielfältig macht. Sie hat verschiedenste Motive, figurativ, abstrakt und Landschaft werden. Sie hat vor Jahren ihr Talent für das Mannen entdeckt und die Leadership verspricht. Aber kommen Sie doch einfach mit auf den virtuellen Gang und überzüge Sie sich selber. Oder wenn Sie die Gelegenheit haben, dann kommen Sie doch noch bis zum dritten Wert persönlichen Gemeinschaftszentrum in der Abo in Volkskriegsville. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017